Was jetzt passiert, hätte ich gedacht, wir wissen es selber nicht so richtig. Also, wir sind auf das Schlimmste vorbereitet. Musik ab. Viel Spaß. Was passiert jetzt wirklich? Na, 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 na. Okay, he's a really creepy. Boah, das ist ein Kauberfilm. Ach. Wie Kondomiken. Vollmeister. Nee, dann nicht. Nein, 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 nein. Ich halte sie so lange fest. Ich mag meine Jacke. In meiner Größe kriegt man kaum was. Was, ich kenne das von zu Hause. Du gehst jetzt die Rennschlafen, Batzi. Alter. Ah. Ihr habt zu viel Dexter geguckt, Digga. Was ist los bei euch? Ach nee, komm, was ist das denn? Es hat noch ein bisschen was von Breaking Bad, so die letzte Staffel. Oh nee, mordet, oh mein Gott. Mordet die Schuhe, nein, mordet nicht. Muy bien. Nicht, nicht die Schuhe. Oh man, Arsenal. Oh man, die Schuhe landen. Bruderland. Ich arbeite an meinen Schuhen. Auch noch Bälle, alle sind ein bisschen zu sehen. Oh man, die Schuhen. Verdammt euch. In mein Ohr. Ich bin meine Schuhe. Bleib mal so. Also, das... Ah. Was hier, ah. Mas, ich hätte es von dem Bugack gepasst. Oh nee. Kann ich helfen, Ajuda! Sehr gut macht ihr das. Ja, das ist ja richtig klasse, was ihr da macht. Ach du Scheiß, Alter. Leider rein. No treco, no treco. Leider rein. Warum haben wir nicht einfach den Scheiß-Zirkus-Rund-Cali? Nein! Ja! Das ist witzig! Ja, was klatscht ihr! Oh! Das ist schön! Wirklich toll! Vielen Dank! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Seit 20 Jahren täglich im Blumeck-Theater. Gehen Sie hin! Es lohnt sich! Und danke natürlich, Herr Kristall! Seine neue Show ist der Nächste hier bei ProSieben! Das war Gratis und Baklava! Staffel 2! Vielen Dank fürs Zugucken! Wir haben die alle starten! Wir gehen jetzt auf einen neuen Film und sehen uns dann im Frühjahr!